Oh, noch sechs Tage bis Weihnachten, ne? Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ja heute was für euch, was ihr so gewinnen könnt. Ja, da habe ich mich erschreckt hier. Oh, hier ist das Türchen, Junge, Junge. Hast du immer noch deine dreckigen Handschuhe? Ja, das sind Handwerker, ich bin der Handwerker Nikolaus, ne? Aber hier sind feine Sachen für euch drin, da wollen wir auf jeden Fall mal gucken, wer das von euch gewonnen hat. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir von Jokari Secura 2K Abisolierzange, einen großen Pott Nutella, haben hier den großen Schriftzug Smart Home und haben hier einen Bosch Bohrersatz. So, da geben wir mal das Suchwort ein. Hashtag Adventskalender 2021. So, und dann gucken wir mal, wer die Jokari Abisolierzange, die Secura 2K gewonnen hat. Die hat Martin N. gewonnen, Hashtag Adventskalender 2021. Starke Aktion, da bin ich ja mal gespannt, was da dieses Jahr so drin ist. Und wer hat den großen Pott Nutella gewonnen? Die hat Eddie Mohr gewonnen. Moin ihr, tolle Aktion von euch, ich mache mit. Hashtag Adventskalender 2021. Frohe Weihnachten. Das wünschen wir euch natürlich auch, bald ist es ja soweit. So, und wer hat den Bosch Bohrersatz gewonnen? Die hat Malte L. gewonnen. Hashtag Adventskalender 2021. Sollte ich tatsächlich mal etwas gewinnen? Gebt den Gewinn bitte weiter an die Leute aus dem Ahrtal. Ja, vielen Dank Malte. Machen wir natürlich gerne. Geben wir da gerne ab, dass ja die Bosch Bohrers sind. Haben wir auf jeden Fall da Abnehmer. Handwerker gibt es da auch viele, die betroffen sind. So, dann haben wir noch den großen Smart Home Schriftzug. Mal gucken, wer den gewonnen hat. Den hat H&G Events gewonnen. Hashtag Adventskalender 2021. Freuen mich schon auf die Videos. Frohe Weihnachten und weiter so. Ja, vielen Dank an alle, die schon mal mitgemacht haben. Ja, wie kommt jetzt an die Gewinne dran? Geht auf unsere Homepage. Geht dann auf das Kontaktformular. Also die Allround, äh, die Homepage allroundbastler.de natürlich. Und geht auf das Kontaktformular. Und da direkt eure Daten ein. An welchem Tag ihr was gewonnen habt. Und da gucken wir es in unserer Liste nach. Und dann schicken wir uns den Gewinne natürlich zu. Ja, dann wollen wir mal gucken, wer morgen was gewonnen hat. Macht's sehr gut. Ciao. Ciao.